Gommann bei Magdeburg. In diesem Haus bekamen Mieter zum Jahresende die Heizkostenabrechnung für 2022. Viele können die geforderten Summe nicht bezahlen. Eine davon ist Gada Arendt. Wir haben schon einmal über sie berichtet. Sie lebt in einer Zweiraumwohnung und soll 8.026 Euro nachzahlen. Am liebsten hätte ich den Strick genommen. Das ist doch unmöglich, dass ich so viel verbraucht habe. Ihre Wohnungsverwaltung schreibt, die Rechnung sei ordnungsgemäß erstellt und bedarf keiner Korrektur. Sie soll nicht nur 8.000 Euro nachzahlen. Auch ihre Heizkostenvorauszahlung steigt von 100 Euro auf 988 Euro im Monat. Und damit die Ware Miete von 515 auf 1.403 Euro. Wie soll ich denn das machen? Wenn ich die 8.000 abstottern würde, die Miete kommt ja immer noch und die Nebenkosten von Licht und was weiß ich was alles noch, sind sie gelaufen ja auch weiter. Die Rentnerin holt sich Hilfe vom Mieterverein. Rechtsanwalt Zakaria Said hat derzeit viel zu tun. Mietervereine haben wegen hoher Heizkostenabrechnungen enormen Zulauf. Der Mieter hat überhaupt gar keine Wahlentscheidung. Er kann auch gar nicht Einfluss nehmen auf das, was der Vermieter letztendlich abgeschlossen hat. Keine Entscheidungsmöglichkeit, kein Vetorecht. Das Einzige, woran der Mieter den Vermieter appellieren kann, ist auf das Wirtschaftlichkeitsgebot. Der Rechtsanwalt hat die Fernwärmeabrechnung des Versorgers Avacon Natur eingefordert. Sie zeigt, der Arbeitspreis für die Fernwärme hat sich fast vervierfacht von 11,4 Cent im Winter 2021 auf 42,1 Cent pro Kilowattstunde im Winter 2022. Solche Kosten, die abgerechnet werden, verursachen wahnsinnig hohe Heizkosten, die sich im Grunde niemand mehr leisten kann. Deutschlandweit werden derzeit etwa 15% der privaten Haushalte mit Fernwärme versorgt. Die Bundesregierung will diesen Anteil auf 40% erhöhen. Schon jetzt liegen Städte wie München, Hamburg und Berlin bei über 30%. Von explodierenden Fernwärmepreisen ist auch die Wirtschaft betroffen, wie dieses Stahlwerk im thüringischen Weimar. Zuletzt waren hier bis zu 100.000 Euro im Monat fällig. Das Unternehmen weigert sich inzwischen zu zahlen. Wenn wir so weitergemacht hätten, wären wir tot gewesen. Weil wir hätten ungefähr ein Drittel vom Monatsumsatz nur für Fernwärme ausgegeben. Und wenn man sich vorstellt, wir hatten eine 16-fache Preissteigerung innerhalb von nur zwei Jahren. Das Unternehmen wird seit Jahren von den Stadtwerken Weimar mit Fernwärme beliefert. Geschäftsführer Heinrich Berr war lange zufrieden. Dann stieg der Arbeitspreis von knapp 3,3 Cent im Winter 2020 auf knapp 52 Cent pro Kilowattstunde im Winter 2022. Ich denke, das ist ein historischer Höchstpreis in Deutschland. Und wir vermuten, dass es weltweit noch nie einen höheren Preis für eine Kilowattstunde gab. Die Stahlbauer hielten den Arbeitspreis für überteuert und zahlten deshalb nur einen Teilbetrag. Die Folge, die Stadtwerke sperrten den Anschluss und verklagten die Stahlbauer auf die Zahlung der Außenstände von 50.000 Euro. Vater und Sohn müssen nun beweisen, dass der hohe Arbeitspreis von 52 Cent nicht gerechtfertigt war. Dabei mussten sie lernen, solche komplizierten Formeln zu verstehen. Fernwärmeanbieter nutzen sie, um ihren Preis anzupassen, für Kunden kaum zu durchschauen. In dieser aktuellen Studie hat der Finanzmathematiker Werner Siebe die Preisformeln verschiedener Anbieter analysiert. Dabei ist er auf Tricks gestoßen, wie einige die Preise nach oben treiben. Durch die Preisformel ist es möglich, dass die tatsächlichen Preise, die von den Fernwärmeversorgern gezahlt werden, z.B. für Erdgas, überhaupt nicht widergespiegelt werden. Und dass sie nicht widergespiegelt werden, hängt v.a. mit börsennotierten Indizes zusammen. Man nutzt den Börsenwert für Erdgas, z.B. von der Gasbörse in Leipzig, um in Zeiten hoher Gaspreissteigerungen, wie wir das ja auch hatten, wie 2022, auch den Arbeitspreis für Fernwärme nach oben zu treiben. Und tatsächlich, auch in die Weimarer Preisformel floss so ein Börsenwert ein. Die Stadtwerke Weimar haben hier den absolut teuersten Index ausgewählt, der auf dem Markt nach dem Statistischen Bundesamt 0,1% ausmacht und komplett irrelevant ist. Den setzt man hier ein, um maximal viel von den Leuten berechnen zu können. Dass offenbar in Deutschland nicht alle Anbieter mit solchen Methoden arbeiten, zeigt auch ein Preisvergleich. So lagen im Oktober 2022 die günstigsten Anbieter für Privatkunden noch bei 3,7 Cent, während die teuersten zwischen 39 und 42 Cent pro Kilowattstunde verlangten. Der Preisunterschied zwischen dem günstigsten und teuersten lag somit bei mehr als 1.000%. Auch 2023 gab es große Preisunterschiede. Zwischen dem günstigsten und teuersten lag dieser bei 418%. Allerdings hatte die Bundesregierung für Fernwärmekunden eine Preisbremse von 9,5 Cent eingeführt. Alles, was darüber lag, zahlte dann der Steuerzahler. Auch im 1. Quartal 2024 ist der Preisunterschied zwischen dem günstigsten mit etwa 4 Cent und dem teuersten mit mehr als 30 Cent hoch. Konkret bei 609%. Wegen dieser Entwicklung hat das Bundeskartellamt hier in Bonn gegen 6 Anbieter, darunter auch Stadtwerke, Verfahren wegen des Verdachts überhöhter Preise eingeleitet. Ich würde mal sagen, so schnell wie möglich müssen diese Verfahren geführt werden. Denn wir sehen teilweise, ich will das mal exorbitante Preissteigerungen nennen, von denen Bürgerinnen und Bürger in diesem Land betroffen sind, die gar nicht die Mittel haben, dem nachzukommen. Also mit anderen Worten, Sie können sich vorstellen, in so einem Fall sitzen wir da wirklich mit Hochdruck dran. Immer mehr Betroffene setzen sich in Interessengemeinschaften zur Wehr, wie hier im nordrhein-westfälischen Erkrad-Huchdal. Ihr Anbieter, der Konzern E.ON, hatte von 2020 bis 2022 den Arbeitspreis um ein Vielfaches erhöht. Einige unter ihnen haben mittlerweile ihre Zahlungen reduziert oder ganz eingestellt. Man fühlt sich sehr ohnmächtig, ja. Und deshalb habe ich mich dem Herrn Pambau angeschlossen, weil ich alleine das nicht bewerkstelligen kann. Das Handicap ist ja leider, dass Sie von einem Monopol abhängig sind und da keinerlei Einfluss drauf haben. So kann es nicht weitergehen. Es ist undurchschaubar, es ist unklar und keiner weiß, was letztendlich kostenmäßig passiert. Aktuell läuft eine Sammelklage des Bundesverbandes der Verbraucherzentralen, der sich Betroffene anschließen können. Die Verbraucherschützer haben zwei Anbieter, E.ON und Hansewerk Natur, verklagt. Wer sich unseren Klagen anschließen möchte, der muss sich beim Bundesamt für Justiz in ein sogenanntes Klageregister eintragen. Das ist ganz einfach online möglich, aber eben auch notwendig. Der Vorteil für sie ist, wenn wir mit dem Urteil dann, in dem Urteil obsiegt haben, dann gilt das auch bindend für sie. E.ON schreibt uns zur Klage, unsere Fernwärmepreise folgen den gesetzlichen Vorgaben und passen sich den Kosten und Marktentwicklungen an. Zurück zu Gerda Arendt in Gommern. Die Nachzahlung von 8000 Euro hat sie bisher nicht bezahlt. Laut dem Versorger Avacon sei die hohe Rechnung nicht nur allein auf die gestiegenen Arbeitspreise zurückzuführen. Das will der Mieterverein überprüfen. In Weimar versorgen sich die Stahlbauer mittlerweile selbst mit einer mobilen Ölheizung.